Hi Freunde, Herzlich Willkommen zum Versuch Nummer 6 Ja, gut Und der mit dabei ist der liebe Nosken Benedikt Gassan Und äh Äh, wie habe ich ihn jetzt gesagt? Bobby Das war's davor, Hans war Und wir haben zu oft seinen Nachhinein gesagt Deswegen ist das jetzt Versuch Nummer 5 oder Versuch Nummer 6 Und wenn der nicht klappt Dann ist irgendwas falsch Was? Der liebe Werk, du und der liebe Werk Was? Achso Bist du auch gar live? Ja, bist du live gerade? Nein Achso Ja, ähm, falls er fragt, wer hessische Drachenfratze ist, das bin ich Das hat sich der Herr Das genau ausgedacht Und das jetzt ist, ich glaube, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, Bruder, äh, ich lösche Benedikt Kanal He Okay, ein Satz merkt noch mal da, jennings Erzüttel, eine äh, schaffen mit dir Und weißt du eigentlich, wie eine stinknormale Aufnahme geht? No Nicht? nicht wir wissen so hat es viel chilliger als die ganze Zeit nur zu leipten Riemen weil dann kann es so hochladen wenn du willst nein ja ja Jetzt kann ich ein Stück aufhören noch. Äh, Kollege? Äh, ne, äh, Bobby? Wo ist die Kiste? Ähm, Benne, könntest du das bitte ausschalten? Äh, mein... Ich will keinen Stress mit, äh, YouTube. Ja, ich schluck auf. Nee, deine Wien ist gut auf eh keinen. Doch, acht Leute. Ja, du selber, deine Familie. Nein, es haben echt acht Leute abonniert und ich selber kann mich nicht mal abonnieren. Ja, natürlich. Nee, funktioniert nicht. Okay. Ich hab's nämlich auch mal probiert. Also, aus Neugier. Keine. Wo soll ich sein, wenn du noch lebst? Ach, was hat ich eben? Was hat man nicht spiel? Bis jetzt? Ja, du hast einen Hundert irgendwo. Was? Boah, da ist echt hier. Da ist echt hier noch! Hier. Ist das nicht der erste? Das war der dritte oder so. So jetzt ist mein Kollege am Berg. Du musst es doch hören. Hey, was geht es? Ja, kann es ausprobieren, wenn du willst. Laufen. Laufen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ich schwöre, ich was hier. Laufen. 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 Wer kann sich richtig rein sweaten? Hast du keinen Wagner-Stimm? Daaaaaa. Äh. Ist der Liebe? Wer zockt gerade neben dir? Wer ist Bobby? Bobby ist, ich sag jetzt seinen echten Namen. Tilted Towers. Tilted Towers. Tilted Towers. Tilted Towers. Aus mit nem Viechchen. Hast du es gehört, was Kevin gesagt hat? Nö. 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 Ich weiß gerade überhaupt Tilted Towers. Ich heiße Tilted Towers, hat er gesagt. Ist das dein echten Name oder was du gesagt? Ja. Und du hast gerade seinen Namen gesagt. Oh, ich hab deinen Namen gesagt. Hahaha. Geil. Nö. 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 Das ist ja mit Verschwemmung. Hä? Fuck! Wie kannst du doch mal wieder mit mir reden, Alter? Ja, danke. Was ist das denn? Bobby! Was ist das denn? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Hast du eigentlich Kicker gesehen oder so? Was? Ich hab Regner gesehen. Er spielt jetzt. Was? Ich spiele? Er spielt jetzt. Ich? Ja. Hast du irgendwo Regner gesehen? Was? Hast du irgendwo Regner gesehen? Nein. Nein. Ja. Alter. Da liegt sogar noch ein Biggie. Da liegt noch ein Biggie. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Was ich auch hier? Wer ist auch hier angekommen? Boah. Ich hab's nicht gesehen. Boah, ein Loch. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Was ich heute für heute wieder angenehm? Ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist ein Schmutziger. Ich fahre ja meins gut. Wir sind nicht so kippen. Ich hab einen gekillt. Ich hab keinen. Hast du gerade geschossen? Ja. Hast du gerade geschossen? Ja.